Willkommen auf meinem Kanal, ich bin AStrake. Einige werden mich noch kennen, einige werden mich neu kennen lernen und ich möchte mich erstmal entschuldigen an all jene, die lange dabei gewesen sind und sich gefragt haben, wo ich in dem letzten Jahr war. Aus gesundheitlichen Gründen bin ich etwas kürzer getreten und ich wollte eigentlich schon vor zwei Monaten wieder wieder regulär einsteigen, musste aber noch einmal Pause machen aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt bin ich aber wieder da. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie läuft das auf YouTube weiter? Star Citizen bleibt ein Hauptthema für mich und das wird den Kanal auch nicht verlassen, da bleiben wir auch weiterhin dabei. Hin und wieder werden es andere Videos noch dazu kommen, je nach Interesse oder was bei mir hochgekommen ist oder mal auch was lustiges, was off topic. Aber hauptsächlich möchte ich weiterhin bei Star Citizen fortfahren. Ich werde jedoch nicht wie damals, als ich angefangen habe, fast täglich was hochbringen, sondern versuche eben zwei Tagesrhythmus Videos zu produzieren, die dann hochgeladen werden von mir. Währenddessen streame ich aber auf täglicher Basis. Das wurde mir näher gelegt, um wieder ein bisschen Kontakt zu suchen und natürlich einfach aus persönlichem Interesse. Das heißt ich werde auf Twitch streamen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Kanal, sollte vielleicht auch eingeblendet sein, gerade jetzt. So dass man, falls ihr live mir zuschauen wollt, immer gerne eingeladen seid vorbeizukommen. Das wird so sein, dass ich versuche, täglich ab 9.30 bis 12.00 mindestens, Star Citizen zu streamen. Wieso vormittags, einfach aus der Sachlage heraus, jetzt wo auch die Tage wärmer werden, dass der Rechner und ich einfach nicht eingehen. Und wenn ich abends nochmal ankomme, das kann dann variieren, ob das Star Citizen sein wird oder halt irgendwas anderes. Aber fest steht vormittags auf jeden Fall Star Citizen. Im Zuge dessen, weil jetzt ja der Patch 3.17.2 kommen wird und auch der Vibe angekündigt ist, habe ich auch ein kleines Projekt vor, das ich während Twitch auf Twitch dann live machen werde. Und das ist von der Pisces hoch zur Reclaimer zu gehen. Weil das Salvagen soll mit Patch 3.18 kommen und ich möchte dann von 0 bis zur Reclaimer hoch gehen. Einfach aus der Sachlage heraus, weil es sich irgendwie eingebürgert hat, dass man sagt, man müsse alle Schiffe für Echtgeld kaufen. Einige wissen, dass das nicht der Fall ist. Einige ahnen es vielleicht oder haben noch keine Ahnung deswegen. Deshalb dieses kleine Projekt. Da wird es halt wirklich so sein, dass ich die Pisces nehme, meinen Fuhrpark einräume. Alles, was ich an Ausrüstung habe, weggebe bis auf ein Undersuit. Also nicht weggebe, sondern in einem anderen Lagerinventar hinterlasse. Und dann halt von einem Undersuit mit Helm und der Pisces einfach die Ausrüstung hochgehe, Schiffe hochgehe, bis ich irgendwann bei der Reclaimer angekommen bin mit einem Startkapital von 1000 Alpha USC mit der Pisces. Und als ob ich einen Referal Code benutzen würde, den zusätzlichen 5000, also 6000 insgesamt. Im Zuge dessen, wenn ich live bin, können wir uns gerne auch unterhalten über verschiedene Themen oder Interessensgebiete, die aufkommen und jeder ist herzlich eingeladen vorbeizukommen. Nebenbei, wie gesagt, auf YouTube werden weiterhin Videos erscheinen zu verschiedenen Themen. Aber auch, falls das Interesse besteht, würde ich auch gerne einen Uncut-Bereich schaffen und halt die Videos vom Livestreaming hochladen. Die Frage ist nur, seid ihr interessiert, ein Uncut-Video zu sehen oder ein geschnittenes Video? Wenn ihr mir das unten in den Kommentaren hinterlegen würdet, würde ich mich sehr darüber freuen, damit ich einen Anhaltspunkt habe, ob ich dafür zusätzlich Arbeit aufwenden sollte oder ob ich das einfach live und nackt hochlade. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhin treu bleibt, viele Fragen stellt, auf die ich antworten kann und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mich auch live begleitet. Das ist kein Zwang, keine Pflicht, aber wer weiß, vielleicht kommt man da auch noch auf ein paar Themengebiete, die mir vielleicht nicht auf Anhieb einfallen. Ansonsten, sollte es mich wieder da zu sein. Ich weiß, das Video ist kurz. Aber bis zum nächsten Video, euer AStrake!